Im Winter unbedingt noch das Cockpit ausbauen wollte. War kein Zufall. Ihr habt dann gemerkt, der Schwerpunkt ist etwa hier. 100 Gramm schwerer wie letztes Jahr. Und ich habe es gar nicht gehört. Das Fahrwerk ist elektrisch. Ja. Ein Saito, 3 Zylinder. 75 Kubik. Aber Methanoler. Das sind so große Löcher. Das sind Dreck. Das ist wenig. Das war in 8 Sekunden. Das war bei mir so wichtig. Das war bei mir so wichtig. Das war so eine kleine Getauschung. Das kann man nicht. Das ist wie die Originalschart. Das ist so große Länge. Das ist so gut. 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 So. Detail verarbeitet, also Cockpits und Dresseregen und die Besorgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.